Ich habe eigentlich ein Herbstthema gesucht und es gibt dieses berühmte Gedicht von Rilke, Herbsttag. Und da kommt eine Zeile vor, die mich seit jeher mit großem Unbehagen erfüllt, nämlich wer jetzt noch einsam ist, wird es lange bleiben. Oh Gott. Ja, fürchterlich. Aber warum ich das Thema jetzt genommen habe, war auch, weil Einsamkeit ist für mich ein Lebensthema. Ein Thema, für das ich Spezialistin bin. Ich kenne dieses Gefühl von allen erdenklichen Seiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, du hast sozusagen den Angstgegner meines kompletten Lebens aufs Tableau geholt. Also Einsamkeit ist für mich etwas, was ich glaube ich seit frühester Kindheit versuche zu vermeiden. K心ftiden. Ich kann bedank. eon. Vielen Dank.